Moin Leute und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Minecraft Jump World. Und heute nicht alleine, nein, heute wieder zusammen mit der Bezaubernden Dia. Dia, hallo. Ja, und heute mal nicht als Pferd, nein, heute ist sie tatsächlich dabei. Entschuldigung für die längere Ladezeit, viel Spaß beim Spielen. Wir spielen jetzt heute die Tagesmap von... Heute ist welcher Tag? Von Montag. Denn das Ganze kommt ja am Mittwoch. Ja, kommst du? Hm. Hm, okay. Ach, klar. Butterblock? Ich würde mir raten, einfach dem Pfeil nach. Genau. Ich glaube, wir sind entweder auf Wolken oder auf der Schafswolle von meinem Schaf. Aber dann war Mara ganz schön fleißig. Ja, ein Checky! Okay, wow, was für ein Sprung. Und da kommt die souverän springende Dia LP. Nein, oh. Sie hüpft den Wolken entlang. Wie ein Schwarm. Ich erzhaft... Oh, Gott. Und weiter geht's. Hui! Ich seh nichts, Dia. Du bist mir im Weg. Erlasst uns einen Blick auf unser Sonnensystem werfen. Da hinten kann man schon die Venus sehen. Als ob er jetzt überall Sterne hingesetzt hat. Ach, du grüne Neune, wie lange der Dur nur allein an den Saternen saß. Äh, oh, guck mal, eigentlich soll man hier den Sprung mit der Leiter machen. Ich bin einfach auf dem Sprung. Oh, ich bin. Ups! Oh, ich bin auch so runtergesprungen. Ja, aber man kann ja den... Mit einem Befehl kann man ja den Block, den man in der Hand hält, unter sich setzen. Dementsprechend ist es ja nicht so, dass er die ganze Strecke da hinten bauen musste und dann alle anderen wieder abbauen musste. Das wäre ein bisschen heftig, glaube ich. Ja. Nein! Mist! So, okay. Jetzt benutzen wir mal die Leiter, so wie es hier eigentlich gedacht ist. Oh, yes, dann ist es auch leicht. Ich springe mal wieder zurück zu dir. Hallo! Und ich? Nein! Also, ich wollte dich nicht ablenken. Ja. Das wollte ich nicht. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Oh, Gott. Die Qual geht weiter! Soll das da eigentlich ein Mond sein, oder was soll das Grunde da sein? Ich glaube, das ist... Ist das die Venus? Wird das die Venus hinter uns gewesen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Naja. Leute, wenn ihr es wisst, dann schreckt uns bitte auf. Ja, das wäre nett. Ich hasse diese... Es ist immer wieder der gleiche Scheiß. Wie, immer den gleichen Sprüngen, oder was? Äh, naja, man springt hier einmal im Kreis. Man, ich bin gleich links neben dir. Auf den Laternen. Ach, da. Alles klar. Dahin geht das, ja. Aber zwischendurch sind ja auch Checkpoints. Hm. Ich wäre sonst hart, wenn nicht. Oh ja. Schon mal vor, wenn man jetzt hier fällen würde, wo ich stehe, guck mal nach links, und man würde bis zu dir runterfallen. Ja. Ah, okay, dann kommt man da hinten auf den Planeten drauf. Ist hier wohl Fallschaden an? Wo ist hier bitte ein Checkpoint? Wow. Ja. Ich kann nicht mal unter eine bestimmte Höhe fallen. Nein! Kurz vorm Checkpoint. Oh, die allein. Wir hüpfen mal wieder ein bisschen zurück zu ihr. So. Weiter kann ich nicht zurück. Aber hier hat man natürlich einen perfekten Ausblick. Nein. Ja. Ja. Die kleine Dia. Gar nicht überfordert. Ist auf dem Weg zu mir. So, wird die ja noch einen weiteren Checkpoint holen. Hm. Dann muss sie einfach eine Zeit lassen, die sie braucht. Guck mal, ich sehe da hinten noch den nächsten Checkpoint schon. Das sind nur, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Sprünge. Dann bist du auf dem Checkpoint. Hm? Hm. Boah. Nein, 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 nein. Scheiß Leiter. Soweit ich weiß, muss man nicht eine Leiter nehmen. Da hinten die. Ja, die muss man nehmen. Da ganz hinten noch hinter dem nächsten Checkpoint. Aber die Seitwärtsleitern habe ich nie gebraucht. Glaube ich. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mit der Leiter aussieht, wo du das gerade vorwürst. Ja, doch, die soll man sicher übernehmen. Oh, nice. Alter Schwede, Leute. Jetzt. Dann fällt es runter. Ich wollte gerade sagen, jetzt läuft es bei dir. Oh, ich sehe schon wieder den nächsten. Das ist der nächste Checkpoint. Jetzt bin ich langsam so ein bisschen warm. Ja, gleich wird sie mich abziehen. Wie du gerade angekommst. Weil ich ja noch vorangezoomt habe. Oh, so, weiter geht's. 57 Fails, wow. Wie sie wegläuft. Nein, den Checkpoint hatte ich eigentlich schon dementsprechend. Oh Gott. Nein! Ich will nicht gegen sie verlieren. Nein! Ich will auch ab, nein. Man wird zu schnell. Man springt irgendwann zu weit. Das ist echt fies. Das sind echt leichte Sprünge. Also leichtere als vorher, finde ich. Weil die runtergehen. Muss ich? Ach, dann muss ich auch. Man überschätzt sich. Wo bist du da? Ja, wo, wo? Ich war hinter dir. Extra Jump'n'Run für einen Kristall. Willkommen auf den Mund. Ich will den Kristall haben. Ich mach mit. Oh, so komm mit. Spiel! So komm mal Jump. Wuhu! Wui! War auch cool gemacht. Oder? Ja. Scheiße. Ich bin gestorben. Ich auch. Hast du schon den Kristall? Nee. Sonst will ich ihn auch nicht mehr. Ja. Weißt du, wenn er schon von dir berührt wurde? Wow. Vergiftet. Ich anfasse. So. Oh Gott. Wie geht's noch weiter? Warum ist da ein Slime? Ich hab keine Ahnung. Fällt mir, wenn man runter will? Kann gut sein. Oh Gott. Äh, wohin muss ich jetzt? Darauf. Auf den Slime, jetzt. Ach so, genau. Okay. Ui. Und ich treff ihn nicht wahr, klar. Ich bin halt die Slime-Meisterin. Ja. Wuhu. Alter, ich hab die ganze Zeit Angst, dass ich daneben springe, ne? Weil ich gar nicht weiß, wo der letzte Checkpoint war. Da unten, ja. Äh. Yes. Oh nein. Soll die amerikanische Flagge sein. Oh Gott. Oh Gott. Guck sie dir an. Die wusste nicht richtig. Nein. Oh wow. Hat der ja richtig hübsch gemacht. So und jetzt, wir kommen auf dem Mond. Jetzt wird man wieder zurückgeportet. Ich bin gestorben. Lachen nicht so dreckig. Yes. Ich hätte nicht lachen sollen. Ja. So, wir kommen auf den Mars. Leicht. Schwer. Äh. Ach, wieder ein extra Jump'n'Run für den Kristall. Ich will den extra, ich will den Kristall haben. So. Ich geh mir immer schon ein Kristall holen, ne? Mhm. Mach das. Und was machst du? Immer noch das Jump'n'Run. Oh. Ups. Den Einsprung schaff ich da noch nicht, so. Aber jetzt hab ich ihn. Nice. Ich warte mal hier. Aber es ist cool, dass er so mit betorgenen Dings gemacht hat. Ja. Wow. Hallo. Gar nicht weit. Oh Gott. Hä, wieso bist du zwei von mir? Weil es hier von 50 bis 70 geht. Wow. Auf den Slime. Okay. Ah, knapp. Oh, verdammt. Ich hab mich nicht nach rechts gelenkt. Nein. Ich bin gerade auch mal drunter gesprungen. So. Hä? Kann man den überhaupt schaffen? Ja, mit Durchspringen. Alter. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Nett. Oh Gott. Der war nett. Mhm. So, dann geht's hier hoch. Oh, nice. Checkpoint. Ich nochmal adi, den Sprung. Der ist echt assi. Aber man will sich auch ein Kristall verdienen. Aber guck mal, man weiß genau, was dieser Wackelpudding-Spieler noch bringt bestimmt. Mhm. Den müssen wir garantiert benutzen. Und wenn nicht, dann ist er ja echt ein kleiner Troller. Oh Gott. Einsprung vom Checkpoint. Nein. Oh, wie ich runtergerutscht bin. Ich bin peinlich. So, dann hier lang. Ich will mich gerade nicht umgucken, wo du bist. Ich bin hinter dir gewesen. Ja. Ich bin vor dir. Du bist Arschloch. Nein. Ich bin vor dem Spiel. Leute, ihr müsst wissen, das ist alles nur Spaß. Sonst würde auch die ja nicht mit mir in einem TS sitzen. Wir haben uns ganz doll lieb. Ja, obwohl das kann natürlich auch so was sein wie mit mir und Chrissy, weil die Leute haben schon vermutet, ich und Christina, wir mögen uns eigentlich überhaupt nicht. Wir tun nur so für Streams und für Aufnahmen, um gegenseitig mehr Klicks zu kriegen. Okay. Total, ne? Ja. So, auf den Schleim. Oh, wer hatte das erwartet? Wir müssen wieder den Schleim benutzen. Oh, das kam jetzt so unerwartet. Ja, den fetten Schleim. Oh Mann, so, hier, warte ich mal auf dich. Ich will sehen, wie du ihn benutzt. Da muss ich hin. Nein, nein, nein. Du bist so gut gewesen. Gut, dass er da aber einen Checkpoint in gesetzt hat, ne? Ja. Ja, sie hat ihn benutzt. Jetzt bist du ganz schleimig. Genau, grün. Ganz grün. Wie du runterfällst? Nein. Warum sie dich immer vom Teufel? Musst du gerade sagen, dir. Vergleiche unsere Fails. Nein! Oh, mein Ohr, mein Kristall. Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn als erster. Oh, doch nicht. Jetzt. Äh, verdammt, das war knapp. So, und jetzt möchte ich aber auch gerne den Schweren ausprobieren. Ähm, nach reiflicher Überlegung habe ich übrigens beschlossen, ich probiere doch nicht den Schweren aus. Ich meine, was soll er denn bringen? Ähm, ich meine, schwer kann jeder. Die wahren Meister machen den Leichtpart. Und da kommt die. Ist die nicht hier? Ja. Willkommen auf den Jupiter. Was war jetzt an den Schweren so schwer? Ich bin da nicht weitergekommen. Achso. Ich bin ganz vorne abgekratzt die ganze Zeit. Ich hatte keine Lust mehr. Nein! Ohr. Es ist nervig, wenn man immer wieder am gleichen Sprung verkackt. Aber wenn es eine andere Möglichkeit gibt, warum nicht? Hm. Verkackte. Verkackte! Hm. Nein! Da war eine Leiter. Verkackter Sternenstaub, ja. Hab ich jetzt auch erst gesehen. Und? Ich benutze die nicht. Ich auch nicht. Also im Augenwickel. Es wirkt irgendwie komplizierter mit der Leiter, finde ich. Hm. Alter, der letzte Sprung vom Checkpoint ist mies. Na, freu ich mich. Ja, schon. Schaffst du bestimmt dann im First Try. Ich war direkt da die ganze Zeit gerade. Willst du gerade die Leiter benutzen? Ja, ich wollte es versuchen, während ich springe. Warum? Ausfangen. Oh Mann, man kann hier überall durchspringen. Nur den letzten Teil vom Checkpoint kann man nicht durchspringen. Zumindest ist es schwer. Ja. Warum nicht? Weil man dann so nach rechts drehen muss, aber extremst. Achso. Deswegen bleibe ich stehen und... Yes! Jetzt habe ich es geschafft. So, dann bin ich stehlich weg. Also am besten wäre es, vorm Checkpoint stehen zu bleiben, ne? Ja. Okay. Und ich... Ja! Und ich... Ja! Was springst du denn? Also das war tatsächlich die giganteste Kommentare, den ich je gemacht habe. Nein! Lol. Oh Mann. Hau an. Nein! An! Also das so im Kreis springen ist nicht... Wee! Toll. Okay. Das vor dir ist der Saturn. Jump'n'Run mit bewegenden Blöcken, Jump'n'Run mit Speed, klassisches Jump'n'Run. Man hat gleich drei Möglichkeiten. Und jetzt hin? Einfach da runterspringen? Ja, hier wo ich bin. Die Frage ist, was wollen wir machen? Klassisch, bewegende Blöcke oder mit Speed? Also bewegte Blöcke bin ich raus. Ich hasse bewegte Blöcke. Also Speed oder klassisch? Ja. Lass uns mal Speed machen. Yo. Vor allem, weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Wir können uns nicht mehr umentscheiden. Ja, stimmt. Oh. Jetzt müssen wir die Flash-Strecke schaffen. Alter, warum haben wir uns eigentlich den Speed-Shop'n'Run rausgesucht? Na, Shiro, warum hast du ihn rausgesucht? Naja, ich wollte nicht... Klassisch war es so langweilig und die Blöcke wolltest du nicht. Ja. Klassisch bewegte Blöcke. So, wo muss ich jetzt hier hin? Oh, muss man ganz knapp auf den Block, ey. War ja klar. Okay, dann hier hin. Und dann hier hin. Yes! Ein Wurmloch. Wo das wohl hinführt? Oh, ja, das werden wir gleich zusammen mit dir austesten. Ja. Wenn ich's schaffe. Dia! 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 Ja! Haha, unheimlich! Ab durchs Wurmloch! Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh, lol. Das kriegt mir gar keine Chance. So. Lass uns neue Gebiete erforschen! Boah, ist das ungewohnt, jetzt wieder normal zu springen. Juhu! Orchideen auf dem Planeten? Ja, das ist auch ein Planeten, da gibt's auch eine Orchideen. So, tu mal nicht so, dass das so ungewöhnlich wäre. Ich glaub, das hier soll so ein roter Wasserfall sein. Hm. Boah, Eisprünge. Oh mein Gott. Hatte ich gerade Glück. Nein. Nur ein einziger Eissprung. Bin ich ernst? Oh mein Gott. Äh, was ist hier? Stopp, 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 komm zurück, komm zurück, komm mal hier, Pistol. Oh, wie fies. Ich wundere mich gerade, hey, wieso ist das da so gelb? Oh man, okay, wo ist denn der? Da hinten, da am Glas. Ach da, okay, da oben ist es doch wieder so dunkel. Hm. Also springen wir jetzt einfach mal hier lang. Auf das Farbige. Hm. Was? Ich wundere zurückgesetzt? Au. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaub auf den Schleim unten. Ja. Nee, nee, geradeaus. Was, wo geradeaus? Glaub ich. Ja, wir hätten weiter auf den Stelzen gehen müssen. Weil man, wenn man zu weit unten ist, wird man getötet. Das kann man nämlich abkürzen mit den Schleims. Und ich dachte, der Schleim wäre der Weg. Alter, ich hab einfach mal das, was er verhindern will, einfach mal als Weg gedacht. So, jetzt auf diese Stelze, auf diese und dann kommt man hier zum Checkpoint. Okay. Ah, schade. Und jetzt kann man den Schleim benutzen, wenn man auch springen würde. Ähm, ja. Yes. Okay. So ist es gedacht. Alter. Zurückgepackt werden, so ist es aber nicht gedacht. Hm. Oh Gott. Aber gut, dass er da einen Checkpoint hingesetzt hat. Ich will nämlich alle, alle Kristalle haben, wenn ich schon weiß, wo die sind. Hm. Jetzt nicht mal auf den Glas komme. Noll. Okay. Jetzt muss man den Weg da oben finden. Achso. So meint er das. Und darf also die Deko benutzen. Achso. Äh. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Äh. Auch da oben ist der, ne? Boah. Nein, kurz vorm Checkpoint. Das war ja so klar. Okay. Ah, okay. Man kommt hierher für den Dings und dann wirft man sich gleich mit Enderperle zurück. Achso. Ja gut. Ja. Also man kommt hier wirklich nur für den Kristall hin. Ja. Eine rote Glas, äh, Glasdinger. Scheibe. Hält mich auf. Ich bin wieder bei dir. Blöde, Glasscheibe. Aber wenigstens hast du alle drei. Das ist schon mal gut. Dann sterbe ich bei dem kleinen Sprung hier. Und ich fall runter. Ah, alles klar. So. Dann hier. Ah Mist. Okay, da hätte ich anhalten müssen. So. Oder auch nicht. Nein. Okay. Seh ich das richtig. Boah. Was denn? Also erstmal hier, Erbauer, Superhero, fleißige Bielchen, Fintix, Charly und Superzero. Gewonnen! Hey. Wuhu. Schöne Map. Danke fürs Spiel meiner Map. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und über eine faire Bewertung würde ich mich freuen. Hier geht's zur Erde zurück. Hier geht's zu einem von Fintex gebauten LSD Tunnel. F1 plus Optifine für mehr Augenkrebs. F1? Achso. Ich bin zurückgegangen. Ähm. Bin? Achso, man kann ja gar nichts mehr auslösen. Gar keine... Platten mehr. Hä? Was? Kannst du hier rein? Achso. Da unten geht's rein. Wow. Huuu. 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 Vielen Dank.